Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich will das auch. Meinst du, Magnus schläft? Er sieht zwei junge Typen, die ihn in seinem Revier jagen. Nicht einen. Hä? Dieser Kerl, Mann. Muss ich dir aufschreiben. Er hat dich auf dem Radar, Spikey. Nächstes Mal hab ich dich, Mann. Yeah. Oh, reithin. Ich liebe dich. Nicht äh. Ich hör dich.